Hallo Neutralläufer, du suchst einen leichtgewichtigen Schuh und hast zusätzlich Mut zur Farbe? Dann zeige ich dir hier die Rainbow-Variante des New Balance 890 V3. Jedes dieser Modelle ist ein Unikat. Nicht nur aufgrund seiner auffälligen Optik sorgt der Schuh für Furore, er bringt auch bei allen deiner Läufe Spitzenleistung. Er ist mit seinen 270 Gramm einer der leichtesten Neutralschuh, die auf dem Markt sind, was ihn im Vergleich zu seinen Vorgängern noch dynamischer macht. Der Aufbau ist flacher und sportlicher geworden, die Sprengung beträgt gerade einmal 8 mm. Die Refly Zwischensohle sorgt für absolut komfortables Laufen und die Fersendämpfung reduziert die Aufprallkräfte. Damit die Beweglichkeit nicht zu kurz kommt, wurden anatomisch geformte Flexkerben in die Laufsohle integriert. Dank der abriebfesten und langlebigen Außensohle bietet der 890 dir den gewünschten Grip. Der New Balance 890 V3 Rainbow eignet sich für alle Neutralläufer, die einen Schuh für verschiedene Einsatzbereiche suchen. Du hältst dieses farbenfrohe Modell in allen Runnerspoint Filialen oder direkt bei uns im Online-Shop unter www.runnerspoint.com.